Boah, was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier? Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, halli! Hallo, liebe Weltraumfreunde! Ich bin's, der Tenshi und wir spielen Space Engineers. Und wie sieht's denn hier aus? Was ist denn hier los? Sieht ja aus wie eine Ameisenkolonie. Ja, so sieht unsere Basis anscheinend von außen aus, wenn man irgendwie gerade mitten in einem Asteroiden steckt. Oh, krass, ich kann ja komplett hier durch. Ha! Noclip-Modus aktiviert. Ist krass, dass hier alles an ist. Was wir jetzt alles schon gebaut haben, ist schon ziemlich krass. Dann fliegen wir jetzt hier wieder rein. Oh Gott, ey, wie das stottert. Oh, hä? What the fuck? Bin ich das? So, da hat's gerade irgendwie... Ich weiß auch nicht, warum ich gerade in dem Beobachtungs-Modus war. Ich hab keine Ahnung, aber jetzt bin ich's nicht mehr. Und bevor wir jetzt anfangen, hier die ganzen Scheiß zu schweißen, werde ich mich um was anderes kümmern. Und zwar würde ich gerne mal meine eigene... Meine eigene... Ja, wie nennt man das? Mein eigenes Quartier einrichten. Es wird wahrscheinlich sehr eng werden, wobei hier hab ich ja ganz viel... Hä? Hier ist ja übelst viel Platz. Okay, na gut, wenn man jetzt hier noch einen Gang raus macht, könnte man hier dann echt noch richtig viel reinbauen. Guckt euch das an. Wow. Und ich wollte hier mein kleines... K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k. richten. Wobei ich da hätte so viel Platz. Naja. Ich würde sagen, wir machen das ein bisschen breiter. Ich bin immerhin der Käpt'n. Der Käpt'n, der braucht immer ein schönes, großes Quartier. Und ja, nicht wundern, wenn ich sowas sage wie Käpt'n. Ich schaue mir zur Zeit wieder ein bisschen Star Trek an. Star Trek Voyager. Einfach, weil ich das noch nicht mehr so gut in Erinnerung habe. Und dann guckt man sich das ab und zu einfach nochmal an. Ja, und dann sagt man auch mal solche komischen Sachen wie Käpt'n. Käpt'n, mein Käpt'n. So. Die Frage ist jetzt nämlich, baue ich das jetzt direkt so? So, hier darf ich jetzt wieder C drücken. Ich habe jetzt wieder zu viel Robo-Craft gespielt. Da kann man ja mal schlecht nach unten kleiden mit C. So, das heißt, ich müsste jetzt aber hier mal was Kurses anschließen. So. Geht ja recht zügig. Ich habe jetzt mal immer ein bisschen gucken, mal testen, wie das ist. Ich habe jetzt mal keine Kopfhörer auf, sonst habe ich ja mal Kopfhörer auf. Aber ich glaube, der Sound, der ist sowieso so leise eingestellt, dass das nicht durch meine Boxen dringen sollte. Wenn doch, werde ich das dann merken und dann demnächst nicht mehr so machen. So einfach ist das. So. Übelst rum. Aber ich habe jetzt auch natürlich mit der Kameraeinstellung ist das jetzt natürlich ein bisschen krasser. Man sieht einfach ein bisschen mehr und dann kommt einem auch ein bisschen mehr das Kotzen. Also, mein Quartier wird echt eng. Würde ich sagen. Ist das dann wieder links von uns äh, rechts von uns ein Ausgang gewesen. Sollen wir mal ein bisschen was absäbeln jetzt hier. Das reicht's mir. Es wird ein enges Apartment. Apartment nenne ich das schon. So, was ist das hier? Was ist das denn? Okay, hier geht's nicht weiter. Doch. Hier habe ich bestimmt irgendwann mal reingebohrt. Ach, Mensch, Tenji. Warum hast du dein Zuhause überall durchbohrt, du Idiot? So. So sieht das dann aus. Ja, da können wir da so in die Ecke können wir vielleicht sein Bettchen reinstellen. Wir haben ja da so ganz coole Sachen. Ich würde wahrscheinlich, obwohl das ist ja dann so ein Doppelding, so ein Doppelbett würde ich nicht haben. Also, ich dachte gerade an die Dinger hier. Äh, d-d-d-d, wo haben wir's? Ich dachte ja an diese Doppelbetten, aber Doppelbetten, das passt einfach nicht für die Käpt'n, für die Käpt'n, äh, für das Käpt'n Quartier. Ich finde die auch gerade auch gar nicht. Weil ich so blind bin. Hier haben wir ein Medizinbett. Gibt's auch ein normales Bett? Habe ich auch ein normales Bett runtergeladen gehabt? Sollte ich eigentlich. So, schauen wir uns mal an. Mhm, 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 mhm. Das machen wir hier. Eine Messhalle, Dingsbums. Und hier haben wir, da haben wir die, die, äh, Large, äh, Bunker. Large Bunker. Wie heißt das? Large Bunker. Das ist ein ganz normales Bett. Äh, und dann... Wo sind die anderen Betten? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Da, Pool-Table. Ja, hier haben wir ein Doppelbett. Ein Doppelbett für den Käpt'n. Das ist doch perfekt. So, ansonsten, das Ding hier passt, wie gesagt, nicht so richtig rein. Weil ein Doppelbett in einer Kapitänskajüte? Ich weiß ja nicht. Aber es würde halt die hässliche Wand da verdecken. Das ist ein bisschen schade, dass wir jetzt da die Wand haben. Aber sonst wäre das ja alles noch kleiner und enger. Hm, wenn ich jetzt hier so zubaue, dann wäre das jetzt noch ein bisschen enger. Aber auch noch machbar, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen... Äh... Also, ich würde schon gerne noch eins reingehen. Das heißt, ich müsste aber auch ein bisschen was wegbohren. Zum Beispiel hier muss auf jeden Fall mal was weg. Weil Boden und so. Da kommt der Boden rein. Problematisch wird's bei der Wand. So, bei der Wand wird's ein bisschen problematischer. Ne, es hat mir nicht ganz gereicht. Widerspenstiges Material. So. Meine Energie ist schon wieder low. Ja, und wenn der low sagt, dann meint er das auch wirklich. So. Lauf, 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 lauf. Lauf, Energie tanken. Ja, ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen weiter rein bohren. Und dann meine Kapitänskajüte zu basteln. Ja, und irgendwann muss ich echt mal wieder anfangen, ein bisschen an der Oberfläche ein bisschen was zu bauen. Irgendein Schiff oder irgendwas Cooles. Weil immer nur drinnen in der Station zu sein, das ist ja auch ein bisschen langweilig. Das ist ein bisschen langweilig. Das muss nicht sein. Okay. Schnell zurückrennen. So, dann gehen wir hier rein. Ja, wie gesagt, hier kommt jetzt nämlich dann die Wand rein. Das sieht aber echt komisch aus. So. Hier muss auch ein bisschen weg. damit hier eine Wand rein kann. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen mehr vielleicht. Nein, ich bin reingefallen ins Loch. Ich bin im Loch. Ich muss rausfliegen. Okay. Das ist total zerklüftet. Was ist hier los? Der Bohrer war da mal richtig gut, ohne dass er so komisch zerklüftet hat. Aber jetzt ist er eigentlich so nur noch am zerklüften. sieht echt komisch aus. Ich habe das Schöne in Erinnerung, muss ich zugeben. Die Bohr-Dinger. So. Okay. Das heißt, hier hinten möchte ich schon... Ne, das will ich noch mit einbeziehen. Also muss hier einiges weggebohrt werden. Warum ist alles so zerklüftet? Was ist denn das? Der Bohrer war doch mal richtig gut. Übrigens gab es ja auch ein Update. Ich weiß gerade nur nicht, was da drinnen vorkam. Aber ich glaube, ich glaube, die haben da irgendein... Was war denn das? Irgendwas, die konnte... Ich glaube, dass man die Graviationsfelder besser sehen kann oder irgendwas haben die da eingebaut gehabt. Ich weiß es leider nicht. Gebe ich zu. Tenji hat sich nicht darum gekümmert, da mal zu lunschen. So. Okay, jetzt bräuchte ich noch... Jetzt muss ich aber noch eine komplette Wand wegmachen, damit ich hier noch eine schöne Wand finden kann. Aber es sieht echt nicht mehr so schön aus. Ein bisschen zerklüftet alles. Was kommt denn hier für komische Sachen raus? Wenn ich hier so bohre mit rechten Maustaste. So. Sieht ja schon ganz gut aus. Der Boden muss ja nicht so unbedingt... Hauptsache, ich kriege jetzt hier irgendwie... Was hin? Was jetzt nicht hier, nicht der... Na, acht, acht. Merke dir, Tenji. Acht zu drücken. Acht ist der richtige Bohrer. So. Nein, das war falsch. Egal. Falsch ist relativ. So, das wird dann die Wand. Vom Apartment. Ja, ich nenne es jetzt Apartment. Was soll's? Das passt schon. So. Und Jan, das wird richtig schön, weil das wird richtig schön. Ah, das wird richtig schön. Also wer auf so einem Raumschiff lebt, also eine Raumstation, da muss jetzt alles richtig schön sein. Richtig schön. Okay. Stimmt ihr mir da überein? Wahrscheinlich. So, schnell weg damit. Das hier auch nochmal. Diese kleine Ecke, die nervt nämlich tierisch. Und dann machen wir hier dicht. Und dann kommt man hier rein und hat dann hier seine Kapitänskajüte. Ziemlich lang gezogen, muss man sagen. Aber mal schauen. Da kommt bestimmt noch richtig schöne Sachen rein, die das dann lebenswert machen. Hier kommt noch eine Decke rein. Dann haben wir mal schnell eine reingeklatscht. Soweit sie reinpasst. Sollte man dazu vielleicht sagen, oh, acht war schon richtig. So. Klick, 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 klick. Okay. Ah, es geht richtig schnell voran. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich brauche zwei Folgen dafür. Gut, ich brauche wahrscheinlich auch zwei Folgen. Ich würde schon gerne mal gucken, ob ich die einrichten kann auch. So. Ist natürlich total hirnrissig, weil es ist ja natürlich naja, sieht schon ganz gut aus. So. Aber wie gesagt, das ist natürlich echt was schwierig. Also ich würde vielleicht sagen, wenn man hier so reinkommt, das ist ja das Kapitänsding, dann ist hier in der Ecke die privaten Gemächer mit Bett und so. Und hier drüben sollte dann so eine Art kleiner Konferenztisch oder irgendwas stehen. Habe ich denn solche lustigen Sachen? Ich habe ein Bett, hier habe ich ein TV, das brauche ich auf jeden Fall. Ist ganz wichtig. Ohne geht es einfach nicht. So, was haben wir hier noch? Eine Wending Machine könnte man auch mit reinstellen. Sieht vielleicht etwas komisch aus. Aber das ist halt alles Luxus für den Captain. Dann gibt es ja noch ganz komische Sachen, die ich da hinbauen könnte. Messehalle, Kaffeemaschine. Das ist mir zu groß. Ein Counter-Sink. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt einen Kühlschrank könnte sie vielleicht gebrauchen. Vielleicht. Pflanzen, das ist krass, aber keine richtigen Pflanzen. Das sind richtige Bäume. Okay, mal schauen, wie groß die Bäume sind. Ein bisschen groß. Ein bisschen zu groß für meinen Geschmack. Kann man also nicht verwenden. Ich habe eigentlich die Grasblöcke. Das ist ja geil. Das ist ja geil, was wir alles haben. Ich hätte aber gerne noch was wie Stühle, Tisch und so. Das müsste eigentlich bei der Kantine oben gewesen sein. Ich habe es wahrscheinlich noch nicht richtig gefunden. Was ist das denn hier? Ein Table. Ist das so ein Table, den ich gerne hätte? Naja, man hätte auf jeden Fall einen Konferenztisch. Aber gibt es da jetzt auch Stüchen für Forward, Central und Back? Wie Forward, Central und Back? Da muss ich jetzt mal schauen. Alter, das ist ja riesig. Äh, ich kann den gar nicht richtig drehen. Ja, jetzt. Ach so, der ist jetzt halt, ähm, ich verstehe. Der ist jetzt so weit weg. Dann gibt es wahrscheinlich den, der hier. So, ich glaube, ich nehme den. Der ist in der Mitte. Und der andere, der ist wahrscheinlich direkt am Tisch dran. Na ne, doch. Der sieht sogar besser aus. Nehmen wir den. So eine Viererkonferenztisch. Mit Käpt'n zusammen. Also, in dem Fall ich. Ich bin der Käpt'n. Hahaha. So, haben wir noch eine coole Lampe oder irgendwas Geiles? Degenerator. Resupply Station. Uh, ja. Das kann man auch noch gut gebrauchen. So, da kann dann der Käpt'n hier sich was zu essen besorgen oder irgend sowas in der Art. Aber es ist halt schon gedreht. Auf dem Bild sieht das nämlich anders aus. Na, wieso lässt sich das immer so schlecht drehen? So, warum sieht das auf dem Bild aus? Machen wir direkt da dran? Ja, komm. Machen wir direkt da dran. Also, dann brauchst du ja doch keinen Kühlschrank. Kühlschrank sowieso überbewertet. So, was bräuchte man noch Schönes? Glastür, Glaswindow. Gab's hier auch nicht solche Abtrennwände? Abtrennwände wäre nicht schlecht für den privaten Bereich. Hier haben wir noch Lampenpost, eine Seitenlampe. Hm. So schöne Lampen von oben wäre nicht schlecht gewesen. Die hab ich aber nicht drin. Ich hab ja noch auf dem sinnlosen Sideboards. Mhm. Hydroplan, Hydroplan-Dinger, irgendwelche äh, Straßenschilder. Ich hab nur Mist dabei. Gibt's hier gar nicht. Nur Mist hab ich in meinem Modpack. Ladet es ja nicht runter, ey. Nur Mist. Ein Pool-Table, naja. Ist vielleicht ein bisschen overpowered für, äh, so einen Privatgemächer. Ja, ansonsten gibt's hier nur die Standard-Dinger. Okay. Dann nehm ich halt doch lieber, äh, ganz normale Beleuchtung. Das geht natürlich auch. Dass wir die jetzt hier direkt oben drüber setzen. So. Und vielleicht auch noch da in die Ecke. Da unten geht's ja nicht, aber da oben drüber. So kriegt vielleicht jeder so eine Lampe. und zwar so rum. Okay. Und hier möchte ich jetzt irgendwie eine Abtrennung, damit man dann hier dann die Privatgemächer hat. Da haben wir dann ein fettes Bett. Die Frage ist ja, ob die, hä? Oh, cool. Es ist nur eingepackt. Die Frage ist, ob das Bett, es ist eingepackt, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, die Frage ist natürlich, ob das Bett jetzt nicht irgendwie dann im Weg steht, wenn ich jetzt sagen möchte, ich brauche jetzt noch einen Fernseher irgendwo. Ich meine, ich könnte jetzt hier direkt davor stellen, vors Bett. Aber dann kann man ja nur im Bett klein sehen gucken. Ich weiß nicht, ob das so, äh, gemütlich ist. Aber ich habe sowas wie eine Couch oder so, habe ich ja hier nicht. Also, Privatgemächer, hin oder her. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das alles so auch funktioniert mit den Privatgemächern. So, Essen natürlich direkt am Bett kann man hier, kannst du noch Essen holen. Ein bisschen Licht. So. Ein bisschen Licht von oben. Man stört das hoffentlich nicht so. Dann noch von links und rechts. Ja, Privatgemächer ist eigentlich bloß ein Bettchen mehr. Aus mir besteht das nicht. Was haben wir denn noch Schönes? Können wir nicht noch irgendwas noch reinmachen? Irgendwas. Asphalt. Okay. Ist alles ganz schön und so, aber es passt nicht so ganz rein. Nein. Ihr eignet ein Gyro... 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 Stasis... Kammer? Weiß ich nicht, ob die sowas eigenes braucht. Hmm... Was könnte man noch bauen? Oh, eine Dustbox. Ein... Kompressor-Unit. Sieht sehr interessant aus wie so ein... Ähm... Wie eine Klimaanlage. Naja, man... Man weiß ja eh nicht, was es ist. Da kann man das auch einfach zweckentfremden, wenn ich es richtig rumdrehen kann. Ne, ist ja richtig rum so. Okay. Können wir vielleicht zweckentfremden. So. Okay, beziehungsweise werde ich die vielleicht doch eher da dran machen, weil... Äh... Dort... Guckt man ja nicht hin. Aber hier, wenn man reinkommt, guckt man ja direkt da rein. So, dann kann ich hier jetzt noch irgendwie einen Mülleimer bauen. Der aber irgendwie nicht an der Wand steht, sondern einfach mitten im Raum. Ist vielleicht nicht so schön. Hmm... Hier möchte ich ja wahrscheinlich doch hier irgendwie hinsetzen. Ich weiß es nicht. Ähm... Trennwände. Hier gab es doch eigentlich Glas. Das ist aber auch das Glas irgendwie. Metador, Glasdor... Ich gucke einfach mal. Vielleicht kann man das ja doch gebrauchen. Die vier. Glasdor. Wenn ich die so hinmache, so... Hmm... Hmm... So, dem ist die geht, die gehen ja noch nicht auf. Man kann die Glasdors wahrscheinlich nicht aufmachen. Was habe ich jetzt eigentlich genommen? Ich habe jetzt die hier genommen, die Glasdors. Wie sehen hier die Metadors aus? Oh. Die sind einfach so... Das Problem ist einfach, die kann man ja nicht aufmachen. So, wie könnte man... Ich möchte das den hier mal wegmachen. Da gibt es aber schon noch andere coole Sachen. Das ist alles nur Glas-Windows. Gibt es denn da keine richtigen Teile dafür? Weil an sich sind die ja schon nicht schlecht. In einem gewissen Rahmen sind die nicht schlecht. Wenn ich das jetzt so ja vielleicht mache, so... Und jetzt... So, ja... Da ist dann dieses Ding und hier hinten kann der Käpt'n dann rein. Oder man macht jetzt hier noch direkt eine Tür rein, was aber nicht funktioniert. Oh, hier haben wir noch eine Wall. Okay, aber das ist halt so eine... Sag mal, ist die viereckig? Ja, das ist ein viereckiges Ding. Man könnte, wie gesagt, man könnte auch tatsächlich richtige Dinge reinbasteln, so einen richtigen Wender. Ich hätte echt wirklich diese Walls auch nehmen können, aber ich glaube, die kann man nicht anstreichen. Wenn ich jetzt sowas hier mache, dann könnte man hier nämlich eine Tür reinbasteln und dann hätte man dann einfach ganz einfach abgetrennt. So ein extra Raum einfach komplett. Passagiersitz, ja, sieht bestimmt auch sehr lustig aus. Wo haben wir denn jetzt die normale Tür? Da haben wir sie auch schon. Ja, aber die Dings wäre echt nicht schlecht gewesen. Die Innereien da, die Innereienwände irgendwann vielleicht mal. Weil das sieht jetzt natürlich so aus. Diese anderen Wände würden dann so hier aussehen. Hm. Ich teste die einfach mal hier, wie die sich hier machen. Wenn die sich gut machen, dann benutze ich die für das ganze Quartier. Aber die Folge scheint bald wieder zu Ende zu sein. Also das habe ich gerade so im Blut. Ich habe gerade nicht auf die Uhr geschaut, aber ich kann mir das gut vorstellen. Weil dann sieht das nämlich hier so hier aus. Das sieht halt heller aus. Heller. Und dann guckt man hier rein und dann hat man hier noch sowas. Und es passt halt einfach dazu. Wenn ich hier dann hier so reingehe, dann passt das irgendwie. Ja, dann passt das, glaube ich. Ich glaube, das werde ich in der nächsten Folge noch tatsächlich machen. Gut. Dann würde ich sagen, ich war der Tenshi hier auf unserem Noobs Kanal. Ich gehe mir noch Energie holen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Space Engineers. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.